Ich kann durch nichts anderes verletzt werden, als durch meine Gedanken. Das ist so offensichtlich, das ist so, so klar. Und dennoch, in all unserem Alltag, in all unseren Geschäftigkeiten, wird es einfach vergessen. Das Offensichtliche wird nicht gesehen. Kannst du ohne irgendeine Geschichte verletzt werden? Kannst du ohne irgendeine Geschichte, die du im Zusammenhang mit irgendeiner Situation kreierst, kannst du dann verletzt werden? Nein, du brauchst eine Geschichte dazu. Du brauchst Gedanken dazu. Ohne die Geschichte, die du zu einer Situation denkst, kannst du nicht leiden, kannst du keinen Schmerz erfahren. Es sind nur deine Gedanken, die dich immer wieder neu verletzen. Neu als Opfer dieser Welt erfahren lassen. Aber in Wahrheit bist du nicht Opfer dieser Welt. Aber deine Geschichten und deine Gedanken machen dich dazu. Und das müssen wir wirklich sehr klar im Fokus haben. Hey, stopp. Hier habe ich wieder eine Geschichte zu der Situation, wieder eine Geschichte um die Situation herum gesponnen. Dann sehe ich gar nicht mehr die Situation als etwas völlig Neutrales, sondern ich fokussiere mich nur noch um die Geschichte und glaube, dass die Situation gefährlich ist oder dass sie mir Schmerzen zufügen kann oder dass ich in irgendeiner Form bedroht bin. Die Welt an sich ist völlig neutral. Unsere Geschichten, unsere Gedankengeschichten machen sie zu dem, was sie für uns sind. Ist das nicht verrückt, dieses Offensichtliche zu begreifen? Und wenn wir es begriffen haben, können wir dem Einhalt gebieten. Wir können uns für eine neue Geschichte entscheiden. Eine Geschichte der Freiheit. Eine Geschichte des Lichtes. Eine Geschichte des reinen Geistes und der reinen Seele. Betrachte die Welt als vollkommen neutral. Mache keine Geschichte mehr darum herum. Lass deine Gedanken diesbezüglich los und erfahre dich selbst als vollkommen frei, attraktiv und lebendig. Empfange das Leben so wie es ist und nicht mehr mit deinen Geschichten. Dann wird alles lebenswert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020